Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin auf der Spielwarenmesse am Carrera-Stand und bin jetzt hier bei Martin Müller von der Firma Sturmkind, das ist ein Start-up-Unternehmen. Was hat das jetzt mit Rennbahn zu tun? Slot-Car war das eine und das hat jetzt hier gar keine Slots. So sieht es aus, ganz genau. Also wir, Firma Sturmkind, wir haben jetzt seit acht Jahren am Markt mit ersten Produkten und wir haben die Philosophie oder die Vision, zwei Welten zusammenzubringen. Nämlich bisher gab es die Möglichkeit, entweder reale Produkte, physisch reale Produkte, Modellautos, Spielzeugautos zu fahren, die zwar physisch real sind, aber durch die Verkleinerung sich halt nicht mehr bewegen wie ein echtes Rennauto, weil die Physik das nicht mitmacht. Und die einzige Möglichkeit, realistisches Fahrverhalten zu haben, war quasi eine Rennsimulation zu benutzen am Computer. Das war komplett realistisch, aber dann war ich in der virtuellen Welt. Und jetzt nehmen wir das Beste aus beiden, nämlich die virtuelle Welt auf dem Smartphone. Also wir berechnen hier wirklich in einem Spiel, wie in einem Computerspiel auch, alles, ich kann ja virtuell die Fahrzeuge tunen, ich kann die Getriebeübersetzung ändern, Reifen auswählen, Bremsen tunen, alles Mögliche kann ich einstellen, wie in einem Computerspiel eben auch. Nur, dass das Ergebnis, was die Simulation berechnet, wie ein Porsche mit 1,6 Tonnen und 550 PS fahren würde, nicht mehr da auf dem Bildschirm passiert, sondern eben über kleine Roboter in die Realität hinausgebracht wird. Und das führt dazu, dass eben diese kleinen Autos hier, selbst ohne eine Bahn auf dem Boden schon unglaublich kontrollierbar fahrbar sind, also wesentlich kontrollierbar für jedes Spielzeug, weil halt die Fahrdynamik, Beschleunigung, Bremsweg, Kurvenradien, alles quasi berechnet simuliert werden. Und der nächste Schritt, das Ganze eben noch einfacher zu machen, noch mehr sozusagen den Spielspaß hochzuhalten, war dann eben noch ein Bahnsystem zu entwickeln. Die Fahrzeuge haben einen kleinen optischen Sensor. Und hier unten, ne? Und die können quasi in dem Moment, wo sie auf die Bahn drauf fahren, erkennen, dass da eine Bahn ist. Und anhand von diesem Muster, was man hier so leicht zieht, wissen die nachher ganz genau, wo auf der Strecke sie sind. Auf welcher Spur, mit welchem Winkel, mit welcher Geschwindigkeit. Und dann kann eben die KI, die in diesem Fahrzeug eingebaut ist, dafür sorgen, dass, wenn ich einmal auf die Bahn drauf fahre, das Fahrzeug nicht mehr runter fährt. Das heißt, ich fahre dann quasi wie in der Slotbahn, brauche mich ums Lenken nicht mehr so kümmern. Ich kann, wenn ich nicht flühen lenke, genau, fährt er trotzdem auf der Bahn. Aber der Charme ist eben, ich soll lenken. Umso geschickter ich lenke, umso besser ich sozusagen der Ideallinie folge, umso schneller bin ich nachher. Und umso öfter ich zu schnell in die Kurve fahre und quasi die KI eingreifen muss, umso mehr mache ich mir virtuell die Reifen kaputt. Das ist Teil des Spiels. Das heißt, ich werde dann halt einmal langsamer. Also das geschickte Fahren, je geschickter ich fahre, je schneller bin ich. Das ist das Spiel. Du musst dann Boxenstopp machen, musst dann die Reifen austauschen. Noch nicht, weil wir noch keine Boxengassen haben. Aber das wird vielleicht einer der nächsten Schritte sein. Aber die Reifen werden einfach schlechter und ich werde dann langsamer. Ganz kaputt machen. Können wir uns das mal in der Fahrt anschauen. Selbstverständlich. Ich kann mir hier die App starten. Vielleicht kannst du es kurz mal zeigen. Wenn ich hier aufs Cockpit gehe, Auto einschalten, einfach nur durch zurückschieben. So, dann habe ich mein Cockpit. Ich sehe jetzt hier, ich kann das Licht anmachen. Ich sehe jetzt hier die Reifen. Es ist hier noch kalt, weil ich ja gerade frisch losfahre. Also Reifentemperatur wird auch berechnet. So, und dann kann ich jetzt hier letztendlich fahren. Und jetzt hat das Auto schon die Bahn erkannt. Ich lenke es mal überhaupt gar nicht. Ich mache so wirklich nichts. Ich halte das Handy nur still. Und das Auto fährt trotzdem komplett auf der Strecke und fährt nicht runter. Ich gebe jetzt nur Gas. Wie kommen die Geräusche jetzt hier? Ja, aus dem Handy, beziehungsweise momentan hier aus dem Lautsprecher. Also original Motorsound ist ja auch, es geht um Emotionen. Also Sound ist ein ganz wichtiges Thema bei dem Ganzen natürlich. Das heißt, ich habe dann am Smartphone entsprechende Geräusche oder an einer externen Lautsprecher. Oder ich kann es streamen auf einem externen Lautsprecher, ganz genau. Und wenn ich jetzt die Reifen ein bisschen hier warm fahre, ich fahre mal noch eine kleine Runde. Ein bisschen Schlangenlinien fahren, dass die schön warm werden. Jetzt sind die Reifen grün, das heißt, die sind warm. Und jetzt kann ich durch geschicktes Mitlenken halt wirklich schauen, dass ich hier in der Kurve innen bleibe, dass ich Ideallinie fahre. Schikane schön mitnehmen. Und das ist quasi das Ziel des Spiels, wirklich dann auch schnell zu sein. Aber eben selbst, wenn ich völlig falsch lenke, wenn ich die Software gerade nach rechts lenke, er fährt bis zum Fahrbahnrand, aber er fährt halt nicht runter. Und das ist halt das Besondere. Und wenn ich runterfahren will, ich kann ihn kurz anhalten, dann kann ich von der Bahn fahren, dann ist die Software ausgeschaltet, das kann ich also quasi auf der Bahn beifahren. Und sobald ich wieder drauf fahre, erkennt er die Bahn und fängt wieder an der Bahn nachzufahren. Und dann wird auch einiges angezeigt, außer dass das jetzt hier am Monitor nur zur Visualisierung was auf dem Smartphone läuft. Genau, also wir haben die Geschwindigkeit natürlich, die Gangwahl, alles wird angezeigt. Und ich habe natürlich ganz viele Möglichkeiten. Ich kann eine Multiplayer-Session aufmachen, das heißt ein Rennen starten. Ich kann mit bis zu 16 Spielern in einem Rennen teilnehmen. Die Autos fahren sogar komplett autonom nachher in die Startaufstellung, stellen sich auf von alleine, wirklich schön einer neben den anderen. Und dann kann ich das Rennen freigeben, da kommt eine Startampel, frühe Start, wird erkannt, alles was dazu gehört. Das heißt, bis zu 16, die dann da vernetzt sind miteinander. Genau. Da müssen wir warten. Ich liebe diese Ansage von der Spielermesse. So, die Zwangspause von der Großansage der Messegesellschaft ist vorbei. Es nervt immer, dass das ziemlich lang ist und ziemlich laut, aber jetzt machen wir hier weiter. Weiter geht's, ja. Ja, also, genau, das ist so das, was man jetzt dazu sagen kann, was da kommt. Natürlich ist das Produkt extrem ausbaufähig, weil ja viel, also alles letztendlich Software ist, sowohl in den Fahrzeugen als eben auch in der App. Da wird sich noch ganz viel entwickeln in Zukunft. Aber jetzt starten wir erstmal mit dem ersten Set. Hat man doch schon. Ja, also wie gesagt, es gibt ein erstes Set. Wir haben jetzt die Porsche-Lizenzen. Also es wird den Porsche GT3R das ganz aktuelle Fahrzeug jetzt geben in tollen Liveries, also im Mantai-Rennt-Design und verschiedenen anderen. Und es gibt zwei Basissets für den Anfang, für 149,99 Euro, mit der Rennstrecke, so wie sie hier zu sehen ist, und zwei Fahrzeuge. Also auch preisig. Das heißt, in der Größe aufgebaut. Genau, so wie es hier ist. Zwei Fahrzeuge. Sind das dann Bahnelemente, die man auflegt, oder muss man die aufkleben? Nein, 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 die kann man zusammenstecken, kann ich mal zeigen hier. Das sind also dünne Kunststoffplatten, sehr, sehr flexibel und stabil. Und die werden ganz einfach hier zusammengesteckt. Und dann sind die boppenfest verbunden. Und wenn ich die leicht anhebe, gehen sie wieder auseinander. Also extrem schnell und leicht zusammenzubauen, kann in einer Minute so eine Strecke zusammenstecken. Und wirklich auf den Teppich oder so? Ja, ja, natürlich. Und halt ganz, ganz simpel. Es war uns auch ganz wichtig, dass das eben schnell geht. Dass man eben schnell eine Strecke auf- und auch wieder abbauen kann. Und da gibt es dann auch Bogenelemente und verschiedenes mehr? Genau. Es gibt auch ein Erweiterungsset mit zehn Kurven und Geraden. Und es gibt eben noch zusätzliche Einzelfahrzeuge. Insgesamt sechs verschiedene Fahrzeuge zum Beginn. Damit starten wir jetzt. Ab Oktober ist die Auslieferung. Und dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Das heißt, hier können wir uns dann mal so ein Startset noch anschauen, wie das optisch ausschauen soll. Das sind die beiden Sätze, die es geben wird. Einmal letztendlich so, sagen wir, DTM, Nürburgring-Design. Das sind die beiden, Prelle und Grino, ganz bekannte Fahrzeuge von Mantai Racing. Und dann haben wir noch zwei, ich sage, ich nenne es jetzt mal Street-Version-Fahrzeuge. In schwarz und in rot. Und das ganze Maßstab ungefähr? 1 zu 50. 1 zu 50. Samples hier haben jetzt noch nicht das Original-Design-Livery, weil das haben wir zeitlich einfach nicht mehr geschafft. Aber letztendlich so, wie sie hier abgebildet sind, so werden die nachher auch kommen. Gut. Dann bedanke ich mich bei Martin Müller hier für die Vorstellung. Dieses Carriera Hybrid heißt das System. Sehr, sehr gerne. Dankeschön.